Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. So, wir sind zurück in Narschke, auf ins Wirtshaus. Wir haben nämlich nichts mehr zum Heilen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann mal rein hier. Wie ihr wünscht. Und dann rasten. Wir mal. Ruhig als Edelmann. So. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Dann heimen wir mal hoch. Wie kann ich helfen? So, und rasten am besten nochmal. So, jetzt sehen wir alle relativ fit wieder aus. Können jetzt als nächstes Zeug verkaufen. Erstmal den Winterwolfspelz. Den einen jedenfalls, den er möchte. Das ist wirklich ein schönes Fell. Hier habt ihr einen angemessenen Preis. Es war mir eine Freude, mit euch ins Geschäft zu kommen. In Narschke habe ich einen Händler gefunden, bei dem ich Winterwolfspelze gut zu Geld machen kann. 500 Gold. Das ist ein wirklich schönes Fell. Ja, nochmal 500. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. So, Marianne, das behalten wir. Die Keule kann weg. Räuber Skype, die verkaufen wir woanders besser. So, Lederrüstung und Kurzschwerter. Und ich glaube, ich kann langsam aufhören. Zeug zum Bunkern. Gürtel der Umwandlung, den kannst du auch gern haben. Kurzschwerter und Helebaden. Bastardschwerter. Schild kann weg. Lederwams. Ich glaube auch, der Kampfstab kann weg. Ganz ehrlich. Sieht also... Neera trägt eh schon einen. Da ist noch ein Zweihänder. Das ist gut. So, jetzt brauchen wir mal wieder Schleuderkugeln und Pfeile. Vier Stacks. Vier Mal Schleuderkugeln sind ein Stack. Also nehmen wir zwölf. Ah ja, und Bolzen brauchen wir auch. Ach sie ist so, sie ist gerade voll. Das ist unpraktisch. Bolzen nehmen wir auch mal zwölf. Und... Imuin hat genug Pfeile eigentlich. Der kann noch verkauft werden. Das kann auch mal zu Kig gehen. Oh, Stiefel des leisen Flüsterns. Da identifizieren wir halt die Rolle. Ah ja. Schutzformel gegen Untote. Ist immer praktisch. Die von einem Nekromand zu kriegen ist auch irgendwie einleuchtend. Und verkaufen wir noch den Lederwamms. Jede Bade behalte ich erstmal. Und Flut der Versteinerung können wir bei ihm nicht verkaufen. Schade. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, wir sind wieder einigermaßen fit. Machen wir mal ein Quick Save. So, ich habe überlegt, ob ich jetzt nach in die Minen gehe. Ich werde aber wohl erstmal nach hier oben gehen. Weil wir in der Taverne was von einem Leuchtturm gehört haben. Wo es interessant sein könnte. Und das immer noch besser klingt als die Minen erst einmal. Und ja, für die, die wissen, worauf ich gerade hinaus will. Ich will Immoen ersetzen, bevor wir weiterziehen. Weil Immoen ist mir halt zu gut. Wir haben jetzt einen Ruf von 11. Ich würde gerne noch auf 12 kommen, bevor ich eigentlich den Ork mit ins Team aufnehme. Also ich will Schad-Teal ersetzen, weil Chaotisch-Böse will ich eigentlich nicht im Team. Und Neutral-Gut eigentlich auch nicht. Auch wenn ich eher irgendwie versuche, neutral als Böse zu spielen. So, reisen wir mal da hin. Und gucken uns die Gegend an. Und dann geht es zum Leuchtturm weiter. Oh, ganzes Wolfsruhle. Oh, und Schad-Teal ist es. Schad-Teal ist es. Oh, wenn es nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Die sind alle müde jetzt. Ja gut, das können wir demnächst machen. Spätestens dann, wenn unsere Heizauber aufgebraucht sind. Und ich weiß nicht, ob ich nicht einfach zum Leuchtturm weitermarschieren soll. Vor dem ich eigentlich ausgegangen wäre, dass er hier wäre. In dem Bereich. Aber ich glaube, da müssen wir die Karte in die andere Richtung. Oh, ein Flint. Und ein Neu-Veteran. Und ja, man merkt, Bikonia ist nicht so gut. Was das Treffen angeht. Obwohl sie eine TW von 17 hat. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das Schad-Teal durch den Gnoll. Achso, das ist ein Häuptling gewesen. Ich weiß gerade gar nicht. Können wir nicht... Können schön, der Leuchtturm war hier oben. Nicht hier. Sondern hier. Da müsste ich hier durch. Gucken wir einfach mal. Wenn wir von hier aus in den Westen gehen. Wie wir es damit wegschauen. Was willst du? Es ist wirklich eine Schande, aber in meinem Beruf hat man keine Ziffer im Plausch. Es ist halt ein wichtiger Job. Die Nachricht muss überbracht werden. Bei Sonnenschein, Regen oder Kreischling. Arm hat allmählich genug von den Invasionsanschuldigungen. Verlangt eine Wiedergutmachung durch die Großherzöge aus Baldos Tor. Das kommt bestimmt nicht gut an. Platz da. Okay. Wir sehen gleich, ob es da zum Leuchtturm geht. Okay, er wäre doch hier gewesen, der Leuchtturm. Also, auf zum Leuchtturm. Wie ihr wünscht. Also, die Glaubensrüstung. Geld. Und ja, Bastardschwerter sind ein bisschen was wert. Die nehme ich nochmal mit. Okay, Kegain ist gehindert. Verlangsamt. Dann nehmt du das Mahlzeug mal, Schad, hier. Ah, noch. Noch mehr Hauptgoblins. Gott, sind das viele. Wie kann ich helfen? Oh, sie ist vergiftet. Und da ist Schad hier getötet. Äh, ne, wie Kona ist getötet worden. Okay. Wie kann ich... Ich werde mich in Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Du bist ja ein komischer Graus. Was wollt ihr? Ich hab'n Lug davon. Ja? Wie ihr wünscht. Wie kann ich... Ich werde mich in Handumdrehen darum kümmern. Ich versuche, die mal zu heilen. 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 Ja? 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 Wie will ich in die Welt spielen? Pfeile, Pfeile. Geld, Geld. Ring. Personenbezaubern, Pfeile. So, eine Zauberphotten gelernt werden. So, und jetzt ist die so. Sie ist gerade etwas voll. Das ändern wir aber schnell. So, ja, immerhin, gib mal die zwei Stacks Pfeile und am besten noch ein Stack Pfeiler an mich. Diese Sachen nehmen wir dir auch mal weg. Warum auch immer sie so eine Halskette trägt. Habe ich hier die irgendwie aus Versehen angelegt? Vollkatzfamilien. Vielen Dank. Vielen Dank.